So hallo Freunde, heylo Leute, der Tietje wieder am Start. Wir machen uns heute ein schönes Müsli als Energieschub und Nahrung. Wir können mal gucken, heute ist nicht so tolles Wetter. Ich hätte gerne mal wieder geiles Wetter, aber ist heute leider nicht. Kann man nichts machen. Perfekter Tag, um ein gescheites Workout zu starten. Wir sind hier in der Küche und ja, wir machen mal eine Art Power-Müsli, kann man sagen. Wo stelle ich denn das mal ab? Kann ich das hier? Ne, ich stelle das nicht hier ab. Ich mache das woanders, ich mache das hier. Genau, ja, wir machen jetzt das Müsli hier. Ganz professionell. So, alles was wir dazu haben, ist hier diese Schüssel, Löffel, verschiedene Getreideflocken und ein paar Kerne, das sind glaube ich Sonnenblumenkerne. Und hier Joghurt, ihr könnt sehen, ich habe einen cremigen genommen. Also einen, der hat 10% Fett, 1 Kilo Mecher, bayerische Bauernmilch. Schmeckt saugeil, empfiehlt sich aber für Leute, die schnellst gesättigt sind, das Ganze mit Milch zu verdünnen, denn das ist sehr, sehr dickflüssig. Es sieht zuerst natürlich ganz normal aus, aber er ist wirklich dickflüssiger als die anderen Naturjoghurtsorten, die man so kennt. Danke übrigens, dass auch schon wieder mein Video zu Kali Muscle so geil angekommen ist. Danke. Was interessiert ist anscheinend, wenn ich mal über andere Leute quatsche, deswegen mache ich das jetzt vielleicht öfters. Ich habe ja gesagt, Ronny Coleman habe ich am Start. Deswegen werdet ihr mal sehen, wenn ihr wollt. Gott ey, das ist schwierig rauszukriegen. Der ist nämlich recht leer, schon, weil ich habe so einen großen Konsum von dem Zeug, dass wir uns gedacht haben, naja, kaufen wir uns mal so ein 1 Kilo Dings. Dann müssen wir nicht immer alle paar Tage hier zum Einkaufen gehen. So, dürfte reichen, naja, gut, ich bin hier lustig wieder. Ha, ja gut. Schlapper schlägt. Schlägt schlapper. So, scheiß auf, so. Okay. Kratze ich später noch ein bisschen aus. Geheben ist, dass das auch alles schön draufhelfen. Ja, das passt. So, jetzt habe ich hier ein Energie-Dingsieger. Da ist auch nicht mehr viel von übrig. So sehen die Dinger jetzt aus. Sehen ganz normal aus. Irgendwas Spezielles haben die aber. Ich rühre den erstmal durch. So, nehmen wir hier mal ein bisschen was. Nicht zu viel. So, habe ich hier in so Boxen drinne. Mein Müsli ist das hier. Und dann hier. Meine Lieblingsflocken, könnt ihr sehen hier. Dinkelflocken. Bisschen dicker, bisschen größer. Und die schmecken mir am besten. Geile Sache. Dinkelflocken rein. So. Und jetzt hier noch diese geilen Sonnenblumenkerne. Die kennt ja jeder. Brauche ich glaube ich nicht großartig zu zeigen. Hier so eine eine Handvoll. Mehr nicht. Sonst schmeckt das mir zu krass, nachdem ich das zeugst. Und das will ich ja nicht. So. Okay, machen wir hier erstmal verrühren. Das sieht, wenn ihr das jetzt hier seht, vielleicht ein bisschen voll aus. Ja, da hat er sich ein bisschen viel rein. Aber das, nee, passt. Viele Leute denken, ja, das ist eklig. Das esse ich nicht. Das ist so weich und, äh, bla. Das ist, sieht doch eklig aus. Alles, was so weich und schlabberig ist, wie das Zeug hier, ist nicht lecker. Das kann nicht schmecken. Aber ich esse das liebend gerne. So sieht es dann aus, ne. Ich würde am liebsten reinweisen, aber ich habe die Maske auf. Ja. Ja. So. Und jetzt. Ha. Fettliche Haare, ey. Jetzt, äh, kommt noch Milch dazu. Haben wir Milch, wenn ihr euch das interessiert, Haarmilch, 3,4, 3,4, 3,5% Fett. Von Rewe lässt sich ja auch schon vermuten, weil die Marke ja ist. Ich habe übrigens mal ein Experiment gemacht. Ich habe das Zeugs hier mit Milch gemischt und in Müsli gekippt. Hat, äh, geschmeckt wie Pisse. Zumindest so wie Pisse riecht. Aber, naja, gut. Wollen wir nochmal schütteln kurz. So, passt. So. Da könnt ihr selber dosieren, wie viel Milch ihr rein tut. Ich tue nicht so viel rein. Ich will ja nicht, dass wir hier alles drin schwimmen haben. Ich will ja immer noch hier was essen. So, das schwimmt jetzt im ersten Moment alles. Aber das tut sich dann verbinden. So. Milch hier überall gesäut wieder. Hammer. Alles voll gesäut. Wahnsinn. Ne Leute, das war es schon. Das ist mein Müsli. Perfekt. Alles was ihr braucht sind diese paar Flocken hier. Naturjoghurt. Milch. Ja. Sonst braucht ihr gar nichts. Also Leute, wenn ihr mal was leckeres und gleichzeitig gesundes zu essen haben wollt, dann tut euch das zulegen. Servus. Bis zum nächsten Mal. Jetzt, 12Green Stone. 12 Ende Januar. Lu 올해. Und dann dough oder? Vielen Dank.